So, und damit herzlich hallo zu einem kleinen, ich hoffe, kleinen kurzen Video, nachdem in letzter Zeit schon öfter verlangt wurde. Und ja, da ich gerade sowieso mein derzeitiges Star Wars Video rendern lassen muss, was, glaube ich, über eine Stunde lang geht, was viel zu lang ist, viel, viel, viel zu lang. Ich wollte eigentlich maximal eine halbe Stunde, jetzt habe ich da eine Stunde über den Teaser geredet, hoffentlich kriege ich das noch zusammengeschnitten. Gott, das ist schlecht. Egal. Heute geht es hier nämlich um Skyrim. Um Skyrim. Da wurde jetzt mehrfach gefragt, ob nicht endlich mal irgendwie ich eine Modliste online stellen kann. Und genau das habe ich jetzt getan. Wie ihr vielleicht gerade seht, meine Website ist immer noch Under Construction. Da ist gerade nicht viel los auf lugion.de. Aber wenn ihr auf lugion.de-skyrim-modliste.php geht, der Link ist natürlich auch noch unten in der Beschreibung, und der nächste auch unter jedem Skyrim-Video zu finden, dann kommt ihr auf diese coole Seite hier. Skyrim-Let's-Play-Modliste. So, ich muss mal kurz noch mal gegenchecken, ob das auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So, hua. lugion.de-skyrim-modliste. Power by Moonlight. Das ist richtig. Genau, jetzt bin ich hier auch live auf der Online-Seite, nicht nur auf meinem lokalen Server. So, die Skyrim-Let's-Play-Modliste. Wie ihr schon seht, da steht noch mal, auf mehrfachem Wunsch, findet ihr hier eine relativ vollständige Liste der Modifikationen, die ich im Skyrim-Let's-Play verwende. Relativ vollständig heißt, da sind nicht alle Mods dabei. Denn manche Mods, die, naja, wie soll ich sagen, die kann man halt installieren, aber die sieht man dann nicht mehr. Ich habe jetzt quasi hier jede Mod aufgelistet, die ich bei mir im Nexus Mod Manager aufgelistet gefunden habe. Das heißt, jede. Jede, die ihr auch haben könnt. Und ich habe jede Mod, die ich selber programmiert habe, um Lugion damit zusammenzubauen, die habe ich rausgenommen. Und die werde ich auch nicht online stellen, weil ich mich da frei bei sämtlichen Moddern bedient habe und deren Source-Codes genommen habe und bei mir eingefügt. Und das gibt Riesenärger, wenn ich jetzt einfach dieses zusammengewürfelte Etwas, was sowieso keiner außer mir zum Laufen kriegt, ins Netz stelle. Das macht man nicht. So ein ähnliches Problem hatte ich auch mit dem ENB. Das ist der Grafik-Patch, könnte man sagen, den ich über Skyrim rübergepackt habe. Der Filter, der alles geil aussehen lässt. Es wurde auch um den ENB gebeten. Das Problem ist nur, ich habe das Ganze im August. 14. August 2014, ich habe nachgeguckt, war das letzte Datum, wo ich den ENB aktualisiert habe. Und ich weiß bei Gott nicht mehr, welcher das war. Und zudem habe ich auch noch, weiß ich wie viel, daran rumgeschraubt. Immer und immer und immer wieder. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach den ENB genommen, den ich habe und habe den hier in ein ZIP-Archiv gepackt, was ihr dann da runterladen könnt. Ist kein Virus drin, so viel möchte ich verraten. Ist halt nur, sind die ENB-Dateien. Leute, die nichts damit anfangen können, die können nichts damit anfangen. Und Leute, die mich gefragt haben, welchen ENB ich nutze, die werden wahrscheinlich wissen, was mit den Dateien in dieser ZIP-Datei anzufangen ist. Wenn irgendwas unvollständig ist, sagt mir ruhig Bescheid, denn dann versuche ich das irgendwie noch nachträglich online zu stellen. Mir ist übrigens auch bewusst, dass die Seite gerade nicht sehr hübsch ist, aber guckt mal hier so an der Seite auf den Balken. Ich scroll mal kurz durch. Da hatte ich jetzt gerade keinen Bock mehr auf Grafik. Weil ich brauche auch erstmal noch eine kohärente Grafik, die sich durch die ganze Website zieht. Also hier erstmal nur die Liste. Ich habe das mal ein bisschen vorsortiert für euch. Aber auch nur ein bisschen. Zuerst kommt die verbesserte Weltoptik. Das sind quasi alles so optische Sachen. Alduin's Wall Retexture. Alduin's Wall ist das Ding, was man auch damals im Trailer gesehen hat. Also andere Fels- und Berg-Texturen. Arcadias Kupferkessel, den habt ihr wahrscheinlich schon im Let's Play gesehen. Der sieht ein bisschen anders aus. Das hier ist die Mod dazu. Ich habe übrigens direkt zu jeder Nexus-Mod... Den Nexus... Ja doch, den Nexus-Mod-Link dazu geschrieben. Bei denen, wo ich es noch hatte. Bei denen, wo ich keinen Link mehr gefunden habe. Da steht einfach nur Google. Da müsst ihr dann mal selber danach suchen. Tut mir leid. Es war, wie gesagt, schon ätzend genug, die alle aufzuschreiben. So. Astornich Azura, Bella Di Bella. Das sind alles Re-Textures, Re-Textures, Re-Textures. Mal kurz durchgucken, ob ich irgendwas anderes sehe. Blacksmith Waterfix. Ja, das ist irgendwas für irgendeinen Water-Mod gewesen. Hier Staub-Effekte. Azuras-Schrein ein Riesen-Groß. Elisabeth Tower heißt ja deswegen, weil aus Bioshock... Da gab es halt Elisabeth Turm und etwa so groß ist jetzt auch Azuras-Schrein. Ich möchte übrigens anmerken, bevor ich hier groß weitermache, dass diese Liste voller Mods könnte, Spoiler, was die Handlung des Let's Plays angeht, enthalten. Ich habe, wie gesagt, so einige Sachen vorausgeplant. Soweit ich halt planen konnte. Ich habe Skyrim irgendwann schon mal gespielt und wusste, weiß deswegen, wo ich wann wohin komme. Und kann halt versuchen, daraus eine Geschichte zu erstellen. Und es könnte halt sein, dass so manche Spoiler jetzt hier drin sind, weil ich halt auch, wie gesagt, nicht nur Schönheits-Mods, sondern auch noch inhaltliche Mods dazu gefügt habe. So. Detail-Drugs, das waren glaube ich nur irgendwelche Dinger. Ja, Dust-Effekte. Finde ich hier noch irgendwas? Female-Manneken. Ja, ich habe halt weibliche Anziehpüppchen genommen, weil ich ein Mann bin. Und lieber Frauen anziehen will als Kerle. Lasst mir den Spaß. Die haben immerhin alle Unterwäsche an, ja. Möchte ich anmerken. Das war nicht sehr einfach, aber dazu kommen wir, glaube ich, noch. Genland Queen, äh, Genland Queen Dragon Claws. Das ist auch lustig, weil ich fand, die Dragon Claws, die sahen immer ein bisschen scheiße aus. Das ist halt neuer Dings. So, Hanging Mose Replacer. Orang Eingots. Habe ich noch irgendwas? Hybrid HD Plants. Rens HD Shrines. Sexy Winter Hold College. Das ist auch, äh, ich glaube einer der Mods, die man sich selber zusammenbauen kann. Äh, ich habe übrigens hier wirklich nur die Mods aufgelistet. Ja, keine Spezifikation, in welcher Art ich die jetzt runtergeladen habe, weil das hätte einfach gnadenlos den Rahmen gesprengt. Und deswegen habt ihr hier nur die Übersichten. Und sobald ich im Let's Play da ankomme, seht ihr ja, wie es aussieht, könnt ihr euch das nachbauen. Zum Beispiel das Winter Hold, wie heißt denn das? Wie heißt denn das in Deutsch? Keine Ahnung. Windhelm. Ich glaube Windhelm. Das Windhelm. Zauberer. Akademie. Ding. Das. Da habe ich zum Beispiel Schachbrettfliesen, glaube ich. Weil die irgendwie cooler aussahen. Deswegen Sexy Winter Hold College. Shooting Stars ist im Prinzip nur Sternschnuppen. Skyfix. X-Unit Insights. Da hat halt wirklich jeder Papp hat sein eigenes Zeichen. Das ist so eine Sache der Immersion, die mir recht wichtig war. Oh, da habe ich eine Klammer. Zu viel. Scheiße. Na, egal. Bigger Trees, ja. Macht schön große Bäume, die auch richtig auf die Performance hauen. Und auch manchmal welche Luftfliegen haben, aber egal. 2K-Texturen für ganz Skyrim. Skyrim HD. Das ist auch auf Wiedersehen Framerate. Dann wisst du auch, warum das so ruckelt bei mir. Übrigens überwiegend wegen dem scheiß INB hier oben. Aber es sollte halt einigermaßen gut aussehen. Ich habe versucht, das alles möglichst gut hinzukriegen. Und überwiegend geht es auch, wenn ich nicht gerade zu lange draußen rumrenne. Ice Shader Fix. Oh, Ice Shader. Das Eis in Skyrim sieht ja so geil aus bei mir. Ich habe mich mal irgendwann hingestellt und Fotos gemacht. Das war echt cool. So, Skyforge habe ich an die Dinger angepasst. Hier Regentropfen, bla bla bla. Terrific Talos, bla bla bla. Real War Midens ist zum Beispiel... Ich habe hier die Kriegsjumpfer. Die habe ich auch komplett umgebaut, beziehungsweise umbauen lassen. Darunter ist gleich die Scottish Bannard Mare. Deswegen sieht bei uns die beflagte Meere so anders aus. Towns and Villages Enhanced. Deswegen ist ein ganz Weißlauf überall so schön grün und nicht so leer wie halt auf Konsolen-Versionen zum Beispiel. Okay, gehen wir mal weiter. Bug Fixes. Das sind so ein paar Bug Fixes halt. DLCs, beziehungsweise Mods, die halt Spiele vom... Spiele... Inhalte des Spiels fixen. Zum Beispiel haben wir hier... Ja, Hardfire Display Case. Habe ich niemals gehabt, den Fehler. Memory Block Lock. Das ist theoretisch dazu da, um halt den Speicher ein bisschen besser zu verwalten. Da wird mir nicht andauernd einfrieren, was trotzdem irgendwie passiert. Aber wie gesagt, bei den vier Mods ist das, glaube ich, unumgänglich. Nur NPC Greetings ist es halt, weil mir das irgendwann auf den Keks gegangen ist und das immer alle Hallo gesagt haben. Jetzt sind sie überwiegend stumpf. No Stretching. Das ist halt... Es hat ein paar Meshes repariert. Directors Cut von Skyrim. Egal, was ihr macht. Wenn ihr Skyrim spielt und das auf dem PC habt, dann holt euch zumindest den Skyrim Directors Cut. Der bügelt sau viele Fehler aus. Also Shadow Striping Fix. Die sind halt alle ziemlich, ähm... Selbsterklärend. Stable U-Grids to Load. Das ist halt, damit wir nicht abstürzen, sobald wir einen Raum verlassen. Passiert bei der gefragten Meere trotzdem noch. Aber das liegt auch hier oben an diesem... An diesem Scottish Band of Mare Ding. Und darin, dass ich einfach so frivol bin, Mods miteinander zu mixen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen dürften. Und manchmal hatte ich halt Glück und es hat funktioniert. Und jetzt habe ich diese ganze wackelige Gerüst im Skyrim-Let's Play. Und traue mich nicht, den Rechner neu aufzusetzen, weil dann müsste ich das alles nochmal machen. Und das würde garantiert schief gehen. So, das Pathonax-Dilemma, ja, dazu kommen wir noch. Die Quest, die hat dem Spieler keine Wahl gelassen am Ende und das fand ich nicht schön. Das wird damit behoben. Unofficial Dawnguard-Patch, ja, Patch, 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 DLCs. Drachenheim, da habe ich, glaube ich, ich glaube in Riffton gibt es ein Drachenheim, das man sich da kaufen kann. Das ist dann eine geheime Krypta, wenn du so willst. Sieht ganz cool aus, kommen wir noch hin. Und Ryexn, da haben wir ja schon gesehen, das war das Ding gleich am Anfang bei Flusswald. Sozusagen unsere Betthöhle. Das war halt so ein kleiner DLC. Schadet ja keinem, ne? So, Follower, das sind halt so ein paar Follower, die ich dazu genommen habe, ne? Wie gesagt, Sachen, die ihr nicht sehen sollt. FX and Sound. Alternate Effect Colors for... Ach ja, hier gibt es irgendeinen Rüstungszauber, da kann man sich dann aussuchen, wie der aussieht. Enhanced Lights and FX ist wichtig, wenn man ein cooles Spiel haben will. Weil der verbessert echt in vielen Stellen die Beleuchtung. Das Fantasy Soundtrack Projekt, da überlege ich stark, ob ich das wieder rausnehme. Weil das viele Titel hat, die von YouTube geflaggt werden. Das war dann auch das Ding, wo bei mir in den Videos immer der Ton so scheiße war. Wenn ich diese Lieder versucht habe rauszufiltern. Naja. So, No More Glowing Edges. Ja, damit man halt nicht mehr so glüht um den Rand herum, erklärt sich halt von selbst. Sah scheiße aus, also da habe ich es rausgenommen. So, Unterwasser Sounds, Unofficial Sounds und Skyrim. Oh ja, dieses Unofficial Sounds Paket, das ist echt geil. Das bringt so viel mehr Leben in die ganze Welt rein, wenn man das aktiviert. Das haben wir auch gleich, ich glaube in der ersten Folge noch gesehen, wo ich dann halt durch diesen Gang reingekommen bin nach der Alduin-Sache. Und dann erstmal diese zigtausend Fenster aufkam. Das war dieses Unofficial Sounds of Skyrim. Mit dem Patch für Lights and FX. Nicht draufdrücken. Wir wollen jetzt hier kein Mod-Fenster geöffnet haben. Habe ich dafür einen Link? Da ist sogar ein Link dabei. So, Game Mechanics. Absorb Dragon Soul Spell. Das sind halt so Sachen, die ich noch, die Spielmechanik, wie halt die Überschrift schon sagt, ein bisschen verbessern. Den hier brauche ich zum Beispiel, weil einige Mods haben halt das ganze Drachenseelen-Absorptionsverfahren. Total geschrottet. Und dafür gibt es dann halt diesen Zauber, falls das mal wieder kaputt ist, dass ich einfach diesen Zauber aktivieren kann und der Drache halt trotzdem seine Seele abgeht. All Geared Up ist ganz wichtig für mich. All Geared Up ist, also ich bin ja Zweihänder, Zweischwertler, wenn du so willst. Doppelklinge nennt man das bei Monster Hunter. Und wenn du halt zwei Klingen hast in Skyrim und die links und rechts ausgerüstet hast, dann wird nur eine Seite angezeigt. Halt, ich glaube, dein linkes Schwert sieht man nicht. Und dieses All Geared Up, da kannst du halt einstellen, welche Waffen angezeigt werden, auf einmal beim Charakter. Deswegen habe ich auch auf dem Rücken denn die Pfeile, den Bogen, nachher auch noch ein großes Schwert und alles Mögliche. Deswegen. So. Animated Dragon Wings. Ja, ich habe meine eigene Daylook-Flügel zurechtgebaut, kommen wir später zu. So. Clean Up Your Corpses. Damit können wir theoretisch Leichen verbrennen, verscharen, irgendwo aufhängen, an die Wand nageln. Muss ich mal gucken, ob ich mich da nochmal reinfräbele. Dann können wir das auch im Let's Play machen. Convenient Horses sind theoretisch bessere Pferde. Soweit ich mich noch erinnere. Dragon Combat Hole macht im Prinzip die Drachen etwas schlauer. Du Shethry Dux. Was war das denn nochmal? Habe ich vergessen. Habe ich echt vergessen. Der Ring Limiter, ganz wichtig, weil du hast als Spieler zehn Finger. Beziehungsweise acht Finger und zwei Daumen. Und dieses Ring Limiter Ding. Du kannst in Skyrim nur ein oder zwei Ringe tragen. Ich bin mir da gerade gar nicht mehr sicher, was das war. Und damit kannst du halt einstellen, wie das Limit ist. Und auch von den Ketten, die du oben hängst. Weil ist ja auch doof. Du hast eine Kette und du kannst keine zweite tragen. Natürlich kann ich. Flying Mod Beta. Ja, damit kannst du halt fliegen, wenn du dir bestimmte Tränke brauchst. Das ist halt ganz geil, wenn du da oben diese Dragon Wings hast. Weil die sind auf diese Mod abgestimmt. Und dann kannst du halt mit den Flügeln durch die Gegend fliegen. Das habe ich irgendwann mal ausprobiert. Ich glaube, nach einer halben Stunde ist mir Skyrim abgestürzt, weil der Speicher vollgelaufen ist. Aber gut. Was willst du machen? So. Foes New Isles in Skyrim. F.I.N.S. Ja, das sind glaube ich diese Standardanimationen, die habe ich da verändert. Frostfall ist, deswegen ist es dauernd kalt und kotzig und so. Heartbreaker ist auch eine sehr schöne Mod. Damit kannst du theoretisch Leuten die Herzen aus den Körpern reißen. Ist sehr brutal. Ich habe nur vergessen, wie man sie triggert. Muss ich mich nochmal reinlesen. Da hätten wir eigentlich Nazim, hätte ich das Herz rausreißen können. Das wäre viel geiler gewesen. Aber das ist glaube ich ein kritischer Kill. Der, wo den Leuten nochmal die Köpfe wegfliegen. Item Recycling. Auch sehr wichtig. Damit kannst du halt irgendwelche Kessel einsammeln, die halt meistens in Skyrim nix wert sind. Und halt Eisenbarren draus machen, die du verkaufen kannst. Lay Down. Ja, da kannst du dich hinlegen. Ich habe nur wieder vergessen, wie das geht. No One Cares About Nazim. Da haben wir schon Gebrauch von gemacht. Das ist halt eine Mod, da kannst du ihn töten, ohne dass was passiert. Realistic Ragdoll Enforce. Ja, das ist theoretisch, damit die Körper nicht so wie bei Bloodborne und Dragon und Demon's Souls durchgegenfliegen fliegen. Dragon's Souls gibt es noch nicht, ne? Das sollte man mal machen. Nach Demon's Souls und Dark Souls Dragon's Souls. Das wäre ein geiles Spiel. Run for your lives. Achso, ich glaube, das ist, wenn Vampirangriff oder Drachenangriff ist, dann ist Run for your lives wichtig, weil das dann die Bürger in ihre Häuser verscharrt. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ein Drache angreift und irgendein wichtiger NPC, der noch irgendeine Quest hatte, dabei drauf geht. Alles für das LP. So, Skyrim Community Ankepper. Ach ja, das ist, glaube ich, da habe ich mir die Levelgrenzen rausgepatcht. Ich kann quasi jetzt bis zur Unendlichkeit noch viel weiter powern. The Honor Dead. Achso, da gibt es dann überall mal so kleine Gräber am Straßenrand. Da haben wir auch schon eins gesehen im Let's Play. Um halt die Toten zu ehren. Wet and Cold. Und Wet and Cold Ashes. Das ist halt, da sieht man dann halt, wenn Schnee auf einem landet, wir schneien dann wirklich ein später. Oder werden nass und so ein Zeug. Das ist echt ein geiler Effekt. Und das Maximum Skeleton, das brauchst du halt für so Sachen wie hier All Geared Up. Und diese Dragon Wings, das ist halt das wichtigste Skelett in Skyrim, wenn du so willst. Auch wichtig im Zusammenhang mit diesem HDT. HDT ist im Prinzip so ein Physiksystem, an dem die bauen. Und dieses Physiksystem, da hast du dann halt wabbelnde Haare und so ein Zeug. Oder hier, HDT Equipment. Das ist halt, wenn ich diese Weapon Slingung mache, dann wackeln meine Schwerter hin und her. Das ist durch dieses HDT gegeben. Das Problem ist halt nur, dass du dafür spezielle Körper brauchst, weil das sonst nicht funktioniert. Jetzt habe ich hier oben diesen ALSL Body, CBBE, BBP, TBBP und HDT unterstützt. Der unterstützt halt alles. Ich glaube, das ist auch dann für diese komischen Erotik-Mods, wo dann halt wirklich die Brüste von A nach B fliegen und so ein Zeug. Dafür ist dieser Körper allumfassend. Das Problem ist nur, dass diese meisten Körper nackt sind. Und in einem Let's Play auf YouTube kannst du nicht einfach so nackte Leute reinstellen. Denn ich privat, meine Wegen kann ich machen, ist kein Problem. Aber auf YouTube ist das ein Problem. Und zum Glück habe ich dann so ein Ding gefunden, wo man sich diesen Körper selber konfigurieren kann. Und ich habe uns dann quasi einen Körper zusammengebaut, der Unterwäsche anhat. Und somit habe ich das Problem im Gang und habe trotzdem die ganzen geilen Features dieses Porno-Körpers. Siehste mal. Interface. Ja, das hat von Skyrim, habe ich halt ein bisschen verkleinert, weil das halt immer ein Bild war. Und man kann es damit auch von A nach B schieben. Anycam ist halt, damit ich die Kamera auch mal um einen herumdrehen kann. Gentium-Font, die ist mittlerweile gar nicht mehr drin, weil die zu groß war. Main-Menü-Spinning. Ja, das war das drehende Skyrim-Emblem in der ersten, in Folge 0 sogar. Sky-UI, ja, das Sky-User-Face, das ist ganz wichtig, weil damit hast du halt, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das brauchte. Ich glaube, das brauchte ich auch für Lugion, damit ich ihm halt im Race-Menü-Editor diese leuchtenden Teile verpassen konnte. Dafür brauchte ich auch Sky-UI, damit ich quasi auf diese Menüs zugreifen konnte. Und ja, seitdem haben wir halt überall Sky-UI, sonst würde ich das gar nicht verwenden. Mobs. Auch ein sehr schöner Minecraft-Begriff. Hier, das kenne ich primär von Minecraft. Mobs beschäftigt sich halt mit allem, was ich den Kreaturen angetan habe. Zum Beispiel hier, Creepy Night Mother ist halt die Mutter der Nacht. Die ist, die ist umdesignt. Eigentlich kann das hier auch oben zu schöne Sachen. Das ist halt, naja doch, das hier sind glaube ich die, die Charakter-Texturen-Änderungen. Hier zum Beispiel habe ich auch alle Hunde in Huskys verwandelt, weil ich die Hunde doof fand und Huskys besser finde. Alduin ist nicht mehr aus Plastik gemacht, da wurde irgendwas bei der Normal-Map geändert. Ja, Apex war glaube ich, Apex sind andere Wehrwölfe. Das wird später im Letzt-Player auch noch ganz wichtig. Ich musste nämlich individuelle Wehrwölfe anlegen können. Agonien Decapitation. Ja, es gab einen Fehler, wenn man Agonia enthauptet hat. Ich habe vergessen, was das für ein Fehler war, aber der ist jetzt behoben worden. Sneak-Tail-Twist-Fix. Wenn du als Agonia oder halt Rasse mit einem Schwanz ins Schleichen gehst, dann dreht sich dein Schwanz um 180 Grad. Das sah bei Lugion sehr, sehr lächerlich aus. Also musste dieser Fix her. So, der gefederte Drache, Dawn-Gard-Vempire, bla bla bla. Farkas, Immersive Patrols. Immersive Patrols, ganz wichtig. Es patrouillieren Gruppen auf Skyrim. Wenn wir dann mal wirklich einen Roadtrip machen, dann werden uns Patrouillieren entgegenkommen. Auch welche, die sich gegenseitig abschlachtern. Da können wir looten ohne Ende. Das verspreche ich euch jetzt schon. Improved NPC-Clothing. Ja, das ist halt, da haben die teilweise bessere Sachen an. Das siehst du auch bei den Weißlaufwachen siehst du das schon. Die laufen teilweise echt mit anderen Sachen rum. Und nicht alle im Einheitsguss. So, Kajid-Vampir-Augen, falls man es mal braucht. Leuchtende Motten. Aha, andere Skelette. Bla bla bla. Forst-Atronage. Ah, Raben. Über 100 Raben wurden wir in Skyrim eingefügt. Neuer Fuchs. Real White Life. Wir haben also irgendwie, du kannst viel mehr, viel mehr Loot von Wildtieren erhaschen. Das ist jetzt allerdings dann resultiert, dass halt die meisten Sachen, die du in der Wildnis Carves, dass die halt, naja, auf Englisch sind, weil das habe ich echt nicht mehr übersetzt bekommen, das Ding, wäre mir zu umfangreich gewesen. Muss ich gestehen. Deswegen ist Real White Life, naja, wir haben ja halt irgendwie Deerhide und so ein Ding. Das ist halt alles auf Englisch. Muss jetzt nicht weiter schlecht sein. So, Shadow Meere. Immersive Creatures ist noch ein ganz wichtiges Ding. Das hier unten. Das Ding bewirkt nämlich, dass wir zigtausend Kreaturen in Skyrim rumlaufen haben, von denen ich in etwa 90% noch nie gesehen habe. Sowas wie, ich weiß nicht, ich glaube neulich, als ich durch die Gegend gelaufen bin, habe ich so eine Art Minotaurus gesehen, der aussah wie ein Drache. Die Dinger haben mich sofort umgehauen. Ich war tot. Das war komisch. Sehr, sehr komisch. Streunde Hunde fix. Ja, das war es dann auch mit denen. Oberflächlich, das waren jetzt nochmal den Charakter speziell betreffend irgendwelche Mods. Zum Beispiel hier 360 Walk and Run Plus. Das war, glaube ich, damit die Rennmechanik in der Third Person geändert wurde. Ich glaube, dass das bei Skyrim so war, dass die Kamera immer hinter einem ist. Und so konnte ich das dann ändern. Bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht mehr sicher. So. Org, Khajiit, Argonian, Werewolf. Keine Ahnung mehr, was das hier ist. Achso. Weißere Zähne. Naja, doch, da haben wir schönere Gebisse quasi. Bodyslide. Ach ja, hier. Bodyslide 2 and Outfit Studio. Das ist das Ding, glaube ich, mit dem ich dann hier oben mein Body zusammengebaut hatte. Diesen überkrassen CBBE, BBP, TBBP und HDT Body. Den habe ich mir, glaube ich, mit diesem Bodyslide 2 zusammengebaut. Auf der Basis von Calientes, Beautiful Body Edition, CBBE, bla, 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 bla. So. Oder ist das hier einfach nur die Textur für den Körper? Weil für diese Körper gibt es auch spezielle Texturen. Da muss man immer darauf achten. Und ich wollte realistischere Texturen haben für die Körper. Die haben jetzt zwar die gleichen Leberflecken, aber ist ja auch egal. So, für verbrannte Körper gibt es hier auch noch extra Texturen. Cover Eyes, weiß ich nicht mehr, wofür das war. Ich glaube, das war einfach für schönere Augen. Cover Khajiits Eyes. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, hier konnte man irgendwie Facial Expressions ändern. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie. Ich habe viel Zeug drin, bei dem ich gar nicht mehr weiß, wie ich es machen kann. Aha. Ja, doch, hier, das ist, glaube ich, ein Skin. Bronzeschein wurde rausgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, was das gemacht hat. Das Eyelighting ist angeblich realistisch. Im Endeffekt bewirkt es nur, dass die Augen im Dunkeln leuchten. Aber ich finde, das sieht geil aus. Aus irgendeinem Grund sieht das geil aus. So, Superior Lore-Friendly Hair. HD-Texturen. Ja, das ist irgendwie schönere Haare. Habe ich auch lange gesucht, bis ich welche gefunden habe, die mir gefallen haben. So. Und Wummeln auf Skyrim Enhanced Normal Maps. Das ist halt, damit die besser aussehen. Und nicht mehr irgendwie wie so eine Matschtextur. Also, Rüstung und Waffen ist, glaube ich, auch ein sehr großes Ding. Denn ich habe haufenweise verbesserte Rüstungen eingebaut. Zum Beispiel oben Zwergenrüstung, Elfenrüstung, Pelzrüstung. Das ist alles überarbeitet worden mit diesen Medium-Born DLC, sag ich mal, mit diesen Modifikationen. Ancient Nord Armor und Savior's Hide. Keine Ahnung mehr, was das alles ist. Ich glaube, irgendwas davon hat auch noch Ulfric getragen am Anfang. Und im Prinzip ist das hier nur ein Haufen neue Waffen und neue Rüstungen, die auch überall in der Welt rumliegen. Damit wir nicht immer nur die Standard-5 Rüstungen sehen, die es da gibt. Das war nämlich langweilig. Dafür gibt es hier auch unten Immersive Armors, Immersive Weapons. Genauso wie da oben Immersive Creatures und Immersive Protons. Das ist alles zur Erweiterung. Hier unten habe ich mir noch ein Targaryen-Schild reingenommen bei Game of Thrones. Und dann kann ich eine meiner Begleiterinnen später diesen Schild tragen. Das ist sozusagen Schild Might. Die dann unser Banner durch die Gegend trägt. Unsortiert. Also hier sind nochmal so ein paar Dinge. Ich habe bei mir im Nexus Mod Manager so einen Ordner drin, wo ich noch irgendwelche Sachen teste. Oder noch nicht zugeordnet habe. Das ist dann halt schon ein Beispiel der Schatten von Merese. Das ist nochmal ein DLC, der sogar lokalisiert wurde von deutschen Leuten. Den habe ich, glaube ich, als letztes getestet, bevor ich aufgehört habe, Skyrim zu testen. Und mich dann dazu entschieden habe, weiterzumachen, weil ich bei dem DLC nicht weiterkam. Egal. Bible Decorative Daedric Shrines. Oh, da kann man sich die Daedric-Schreine selber kaufen. Ich habe mal vergessen, wo. So, Infernus Realistic Needs and Diseases. Das ist theoretisch, müssen wir ständig trinken und essen und so ein Zeug. Aber ich weiß gar nicht, ob das schon aktiviert ist bei uns im Let's Play. Ich habe irgendwie den Eindruck, aber man weiß es nicht. The Fifth Gate ist auch sozusagen ein Fan-DLC. Ein Expansion-Pep. So, Amazing Follower Tweaks. Ja, Amazing Follower Tweaks ist so ein Ding, das ich immer wieder installieren muss. Deswegen ist das da unten drin. Ich habe drei Mods, die ich immer wieder neu installieren muss, wenn irgendeiner von denen nicht richtig funktioniert. Das sind einmal diese AFT, Amazing Follower Tweaks. Dann ist das Inigo. Das ist ein Follower. Informiert euch einfach nicht. Wartet, bis ihr im Let's Play auftaucht. Er ist super. Und dann gibt es noch dieses Warborgs 3D Paper World Map. Das, was jedes Mal sagt, ey, du bist scheiße, wenn wir die Karte aufrufen das erste Mal im Let's Play. Aber das muss ich mir nur angewöhnen, dass ich einmal die Karte aufrufe, bevor ich die Aufnahme starte. Dann ist der Fehler auch weg. So, die Collector's Edition von Skyrim. Die habe ich mir ins Briesenheim gebaut. Kann man, glaube ich, auch bald sehen. Wenn wir das Briesenheim uns endlich leisten können. Custom Fit. No Helmet. Das ist nochmal ein ganz wichtiges Ding. Es gibt für leichte Rüstung. Es gibt so einen Perk. Wenn du nur leichte Rüstung trägst, dann ist die halt, dann spürst du die nicht mehr. Dann ist die total leicht. Dann nimmt die nichts mehr ab. Oder irgendwie doppelte Schadensresistenz oder so. Und da ich als Lugion keine Helme tragen will, habe ich halt dieses Custom Fit Ding genommen. Das ändert diesen Perk so, dass ich die ganze leichte Rüstung tragen muss, außer einem Helm. Der funktioniert also trotzdem auch, wenn wir keinen Helm tragen. Einfach, ne? So. Digi-T-Great Khajiit und Argonian Raptors. Das ist eine ganz geile Mod, denn die verpasst den Argonian Raptor-Füße und den Khajiit, so eine Katzenfüße. Huch. Und, ähm, ja, habe ich auch bei Lugion verwendet und auch allgemein installiert, weil das viel besser aussieht als diese 0815-Füße, die die Rassen momentan haben. Directors Tools, habe ich vergessen, was die machen. Ihren BTV-DC habe ich auch keine Ahnung mehr. Horns Are Forever ist auch noch so ein wichtiger Ding für Lugion, wenn er nämlich wirklich mal einen Helm trägt. Dann sind die Hörner sonst immer verschwunden. Damit bleiben die Hörner, auch wenn sie durch den Helm durchstechen. Aber egal. Increased Character Height. Ja, das ist halt, mir ist aufgefallen, dass wir hier jetzt Charakter rumlaufen, weil ich immer sehr klein wirke im Vergleich zu den anderen Leuten. Deswegen haben wir jetzt hier Increased Character Height, weil Lugion auch eigentlich riesig ist, der ist ja, der ist schon groß. So ein Daylook ist eine große Rasse, deswegen überragen wir die meisten auch so ein bisschen. Und das habe ich halt in dieser Increased Character Height neu festgelegt. So, Khajiit Shield Maisha, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, will ich diese kleine Katze schon eh adoptieren. Funktioniert aber nicht. Playable Instruments, Play and Bash, genau. Die sind auch, glaube ich, Abfolge 40, gibt es die im Let's Play. Und ich feiere die Dinger einfach nur. Man kann halt lauten und all so ein Zeug spielen, ich finde es cool. Race Compatibility with Fixes, die brauche ich, glaube ich, um die Daylook-Rasse zu programmieren. Und das Race Menü, mit dem wir am Anfang schnell uns Lugion hergezaubert haben. So, das war jetzt auch schon wieder viel zu lang dieses Video, aber ihr wolltet wissen, welche Mods installiert sind. Hier habt ihr eine kurze Einweisung und den Link dazu unten in der Beschreibung. Viel Spaß damit, ne? Ansonsten hoffe ich, ihr guckt trotzdem noch weiter das Skyrim Let's Play, auch wenn ihr euch jetzt vielleicht hier und da mal ein bisschen gespoilert habt. Aber, naja, komm, ich gebe schon viel. Vielleicht nicht mein Bestes, weil ich nicht weiß, was mein Bestes ist, aber ich versuche es immerhin. Gut, ne? Dann würde ich mal sagen, als dann, bis dann. Viel Spaß mit der Liste und man hört sich.